Diese Dockingstation für die PlayStation 5 könnte auch Zubehör direkt von Sony sein. Wenn man sie auspackt, sieht man zuerst die zwei zusätzlichen Lüfter, die die PlayStation zusätzlich von unten kühlen. Die Dockingstation wird per USB mit der PlayStation verbunden und mit Strom versorgt. Möchte man sie mit der Disc-Version benutzen, muss man vorher das Plastikteil entfernen. An der rechten Seite kann man zwei Controller aufladen und auf der linken Seite kann man seine Spiele aufbewahren. Natürlich ist auch eine zusätzliche RGB-Beleuchtung mit dabei. Und es gibt drei USB-Anschlüsse.